Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Gunsmith Part 5 sind wir jetzt, glaube ich. Ja, sind wir. Und zwar eine Remington Model 870. Relativ einfach. Wir brauchen einen taktischen Laser. Das wird ein TBL sein, der ist günstig. Magpul Handguard, ein Tactical Foregrip, Ergo über 60, Recoil unter 500. Die bekommen wir ganz easy und günstig bei Skier Level 2. Wenn ihr Gunsmith Part 5 macht, werdet ihr soweit sein. Ihr könnt sie hier für 33.000 Rubel kaufen. Und wie wir sie zusammenbauen, relativ hübsch eigentlich. Ich mag solche Shotguns. Wir brauchen den M870 SGA als Budstock hinten. Den kriegt ihr auf dem Flea und bei den Händlern bei eurem Level. Dazu den Kek Foregrip. Ich sage mal Kack Foregrip, aber er heißt Kek VFG. Ein M-Log 4.1 Ray, damit wir hier nämlich ganz normal unseren Vordergriff dran machen können. Dazu den MOE 870 Handguard. Dieser Handguard ist benötigt, damit das Ray ran kann. Das Ray ist benötigt, damit der Vordergriff ran kann. Magazin, 4er Magazin, könnt ihr so drinnen lassen. Braucht ihr nicht laden, kein gar nichts. Dazu brauchen wir ein TBL Laser. Dafür brauchen wir hier also den M-Log 2.5 oder 2.5. Ein TBL Laser dran. Ihr könnt auch einen anderen machen, aber der TBL ist der günstigste von allen. Dazu nur gucken, dass ihr den Zylinder 12 Gauge habt und an den Zylinder macht ihr den Muzzle Brake. Das ist der GK-02. Wenn ihr das habt, ich habe es jetzt schon fertig gebaut, ist sie bereits fertig. Ihr könnt sie wieder nehmen und seid direkt bei der nächsten Gunsmith, habt wieder XP gemacht und alles mögliche. Easy peasy. Tell участ du Party. Zylinder 16